Mit Netzstrom geht bei der Digitalisierung im Messwesen den nächsten entscheidenden Schritt. Der grundzuständige Messstellenbetreiber der NBAM-Gruppe hat ab Februar 2020 mit dem flächendeckenden Einbau der intelligenten Messsysteme im Netzgebiet begonnen. Die neuen Messgeräte sind ein wesentlicher Baustein für eine intelligente Stromversorgung, die Grundlage für die Energiewende ist. Sie übertragen wichtige Messwerte an die Messstellenbetreiber. Der Datentransfer erfolgt verschlüsselt über eine gesicherte Verbindung. Wir sind vom TÜV als sogenannter Smart Meter Gateway Administrator zertifiziert. Das heißt, wir erfüllen höchste Anforderungen an die Sicherheit der Daten. Darauf können sich unsere Kunden verlassen. Die neuen Messgeräte erhalten zunächst alle Stromkunden, die einen Jahresverbrauch zwischen 6000 und 100.000 Kilowattstunden haben. Die Kunden können ihre Verbrauchsdaten am Smartphone, Laptop oder am eigenen PC selbst einsehen. Sie haben so einen besseren Kenntnisstand über ihren Energieverbrauch und haben die Chance, im Idealfall weniger Strom zu verbrauchen.